Willkommen bei das Paneon. Das Paneon war ein Tempel, der dem Naturgott Pan geweiht war. Die griechische Gottheit, die man häufig als Mischwesen zwischen Mensch und Ziege darstellte, war der Beschützer der Hirten und ihrer Herden. Pans Attribut war ein nach ihm benanntes Instrument, die Panflöte. Seine Tempel lagen meist in Höhlen hoch in den Bergen und wurden häufig von Hirten besucht. Später wurde das Bild des Pan schließlich zum Symbol des christlichen Teufels umgedeutet. Um den Gott angemessen zu ehren, schütteten die Menschen Alexandrias einen künstlichen Hügel auf, auf dem sein Tempel errichtet wurde. Der Hügel hatte die Form eines Kreisels oder Pinienzapfens und man gelangte über eine umlaufende Treppe hinauf. Von dort oben konnte man die ganze Stadt überblicken. Die Lage war einem Berggott also durchaus angemessen. Die Lage war einem Berggott. Oh, 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 oh.